hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von cooler world hoffen schwester heute zu wach ja 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 mach mal ein zurück dann gibt man wo die lüpfel sind und da ein guter guck mal wo die wird da hinten ist einer ich glaube da muss ich so zu lassen und lassen manchmal auf pauze dann kommen wir mal eben leuern ja doch doch du könntest du ja ich lasse mich plumpen kann sie gar nicht muss bringen habe es geschafft mein held ja auch scheiße die uhr läuft ja genau so schade so hätte ich auch gedacht doch warte wieder zu uns auf den eisblock nicht mehr so so geht das kacke ich hätte jetzt gedacht das jörner das verfallen welchen mörder da ist noch ein Da kommst du nicht hin. Vielleicht von der anderen Seite? Ach ne, da ist auch ein Pfeil. Muss irgendwie hier runter. Ja, einen zurück. Ja, genau. So, flitsch! So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt könnte man da vielleicht dran kommen. Wenn da kein Pfeil ist. Das könnte funktionieren. Flitsch. So, ne, warte, wo willst du hin? Da ist doch der Schlüssel. Scheiße. Das geht auch nicht. Das ist schon... Merkwürdig, ne? Haben die sich schon so ausgedacht? Dass du nicht mal eben, weißt du, so... Aber hallo, du! Dann lass uns das doch nochmal mit dem Eisblöckchen da machen, ne? Gucken wir mal, wie weit was kommt. Halt, stopp! Kleine Zeit, Leute. Ja, es weiß. Ja, aber da war doch, wo du vorher warst, eine Sanduhr. Wo denn? Wo ist denn deine Sanduhr? Da irgendwo ist... Warte doch mal. Ja, da komm ich da nicht dran. Da käme ich auch an den Schlüssel dran. Ach, ja stimmt. Sag nicht schönen Hund zu mir! Sagt der Hund sieht schlecht, das hört sich viel netter an. Wir sind gleich kaputt. Ja, kannst du nicht warten, wenn du da oben drauf bist? Was? Weiter? Ein weiter rollen? Da links jetzt rüberspringen? Nein, links! Ne, das passt auch nicht. Da bin ich auch tot. Ist sie sicher? Ja, bin ich ganz sicher. Also du bist schon so oft gestorben, das hätte sie jetzt auch noch ausprobieren können. Ja, das hätte ich auch ausprobieren können. Ja, hätte ich. Was heißt, machen wir das einfach mal? Ja, mach einfach mal. Ne, das war von der anderen Seite, ne? Nein, nein, das war schon vollkommen... Das ist äh... Ne, von hier sind wir gekommen. Ist das nicht Schnuppe? Ne, das ist nicht Schnuppe. Und die rechts springen. Ja! So. Und wie kommen wir jetzt zurück? Ich weiß es doch nicht! Ähm, ähm, ähm... So. Weil das ist gefährlich mit... Boah! Alter Schwede! Der war gut, ne? Ja, jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Ja. Tja. Das passt nicht. Das passt auch nicht, oder? Ne, ne. Waaah! Stopp, stopp, stopp! Wie geht denn das? Ich hab da überhaupt keinen Durchblick mehr. Ja, vor allem durch die Entfernung ist das mit dem... Mit der Einschätzung echt verdammt schwer, ob das nun passt oder nicht, ne? Ja, da sind wir jetzt wieder am... ähm... von... Und wenn du dich da auf die Kuppel stellst und dann da links rüber... Ne, ne? Das geht auch nicht. Da springst du... nein, da springst du dann vorbei. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das bringt uns auch nichts. Nein, das bringt uns nichts. Wir haben dann von Nina einen Tod. Ja, ich weiß. Jetzt fangen wir von vorne an. Lalalala. Ja... Hatten wir fälschlicherweise ein anderes Video... alles auf Anfang genannt? Ja... Vielleicht sollten wir das so nennen, wa? Das ist jetzt alles auf Anfang 2.0. Ja, ganz genau. So... So eine Kacke! Oh, wow! Naja, ich meine... Wir wissen zumindest schon mal, wie wir einen Schlüssel kriegen, wa? Ja, so... Hilft uns das nicht irgendwie weiter? Das passt nicht. Hm... Das kannst du springen, wie du willst. Da kommst du nirgendwo mal hin. Wie ist das? Ne, ich meine hinterher. Du kommst ja wieder zum Anfang. Dann wieder umzudrehen und da zum... Weil... Vielleicht auf dem... Block da... Dass der nicht irgendwie... Ich hab ne Idee. Ja? Ja, ich hab eine Idee. Dafür müssten wir aber erstmal auf dem Block zurück. Hm... Was sich nicht ganz so einfach gestaltet. Dann sind wir trotzdem falsch. Weil wenn wir andersrum rollen, dann könnten wir vielleicht da runter. Das passt auch nicht. Das geht alles nicht. Tick, tack. Die Ohr. Und hier runter springen geht nicht. Ne. 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 Da sind wir tot. Da sind wir tot. Ja, dann mach nochmal so. Wie vorhin. So. Ne. Ne. Da kommst du zurück. Toll. Aber du hast es doch vorhin geschafft. Was hab ich geschafft? Du bist ja vorhin wieder zurück da vom... Ah Scheiße. Von dem Eisblock. Du bist nur noch mal gelandet. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Boah. Das ist Kaka. Hat da jemand vielleicht ne Ahnung? Ja, ich nicht. Es gibt nur diesen Weg hier erstmal. So. Dann kannst du hier sammeln, sammeln, sammeln. Vielleicht sollen wir doch mal die andere Richtung nehmen. Hier so rum. Ich glaub es kommt... Jetzt muss nur rollen. Ich glaub das kommt immer aufs gleiche raus irgendwie, oder? Siehste? Ja. Kommt immer aufs gleiche raus. Du bist nur noch mal zurückgekommen. Ja. Und dann bist du irgendwann irgendwo gesprungen. Und das war ziemlich knapp. Ja. Genau so hast du das gemacht. Feini Feini Feini. Feini Feini. Feini Feini. Feini Feini. Feini Feini. Scheiße. Bist du sicher, dass das da nicht passt, wenn du da rüber springst? Wenn du jetzt zurückrollst? Nein. Da komm ich rüber. Nein, du kannst wieder nicht hören. Das macht nichts. Ich bin da schon gewohlen. Ich probier doch gerade noch was aus. Ja, mach mal. Und das geht ja auch nicht. Also ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber die Zeit läuft. Vielleicht läuft. Ja, ich weiß. Äh. War auch nichts. Wo wolltest du denn hin? Ja, rüber. Das war aber runter nicht. Rüber. So. Nee, so wird das nicht. Nee, so wird das nicht. Nee, das ist wieder am Anfang. Also da können wir halt den Schlüssel direkt holen. So. Plötsch, plötsch. Plötsch. So und dann wieder zurück. Dann ist sie hier rüber. Zur richtigen vor. Okay, der war faul. Nein, nicht so, nicht so. Dann landest du wieder in den Pikern. So war richtig. Ein bisschen Matsch. Nein. Oh, Kaka. Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Ja, das da ist ja jetzt nicht so. Nee, das geht ja alles hier. Du musst nur irgendwie den richtigen Absprung kriegen. Das Problem ist der zweite Schlüssel. Das haben die sich schon ganz geschickt ausgedacht, ne? Okay. Dreimal rum. Stopp, 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 stopp. Jetzt roll nochmal zurück. So und jetzt guckst du nochmal da runter gefälligst. Da vorne direkt passt das nicht. Aber dir ist nochmal einen versetzt. Welcher? Noch einen rechts rollen. Kannst du da nicht runter springen? Ja. Siehst du wohl. Okay, wir haben den zweiten Schlüssel. Ist das schön. Ja, das ist so schön. Stopp, kannst du nicht da hinter dir auf den... Was? Was? Ich weiß, ich weiß. Ja, da irgendwie. Kommst du da nicht irgendwie so? Aber du könntest die Uhr jetzt gleich gebrauchen. Das ist doch schon mal was, ne? Jetzt spring nicht los. Ich hätte ja noch, ne? Also, ein Bötschkorn gewartet. Mal gucken, komm mal zurück. Wie sind wir drauf gekommen? Genau. Und jetzt müssen wir... Wo ist das Exit? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ja. Egal. Ich weiß nicht. Und geschafft! Eine verdammt schwere Geburt. Ja, das war eine schwere Geburt. Und die ist noch schwieriger, die Geburt. Kann nur besser werden. Das ist, glaube ich, die wäre besser, wenn du zuerst... In die Mitte. Ist egal wohin. Ist alles kacke. Das kenn ich schon noch. Das kommt mir aber ganz vor dir auch. Das durftest du immer machen. Die einfachen Sachen durftest du immer machen. Ja, ja, genau. Das ist immer so. Und die schweren, die habe ich immer gemacht. Ja, genau. Die hast du gemacht. Ja, genau. Das ist so einfach und easy going. Ne, was ist das einfach? Hopps, hopps. Ja wunderbar. Das ist nicht so schön. Boah, da musst du ja echt fix sein. Ich gehe an dem Rand vorbei. Müsste mit den Rollen laufen? Ja. Kein schlechte Weg. Ja, ne? Ja, ja, recht drum. Ja, genau. So, jetzt müssen wir nur zum Equisit kommen. Und hinterher. Zum Equisit. Ja, das ist relativ, glaube ich, oder nicht? Das ist total easy. Flütt für dich! Ja! Es sah schlimmer aus als es war, oder? Ja, genau. Jetzt wird es schlimmer. Ja, jetzt wird es richtig schlimm. Ja, jetzt wird es richtig schlimm. Ja, so aktiviert. Wunderschön. Ah, da unten. Und gehen nochmal hoch. Da auf den grünen Knopf. Schätzlein. Und wieder den grünen Knopf drücken. Und jetzt nach rechts drehen. Ja, was ist mit dem Schlüssel dahinten? Den müssen wir zuerst irgendwie ausschauen. Ja, meinst du? Ja, dann mach mal. Roll, roll, roll. Nö? Oh, Backe. Warte mal. Lass mal gucken. Okay. So geht das natürlich auch. Angeber. Ja, jetzt ist es mal hier. Ein zweiter Schlüssel. Oh, wie fies. Oh, fuck yourself. Ich glaube, du bist da drauf. Auf das Portal. Und ich glaube, eine Sandro wäre auch vonnöten. Ja, die wäre total super. Wo willst du denn jetzt auf einmal hin? Ja, weiß ich auch nicht. Du musst wieder zurück in... Ich gehe nach Hause. Ja, okay. Das passt doch gar nicht. Wie willst du denn da rüberkommen? Ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal. Passt nicht. Passt nicht. Aber an der Seite kannst du nicht vorbei. Nee, weiß ich. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Aber die müssen wir da hinten holen. Ja. Sonst geht das gar nichts. Nee. Ich frag mich, wie man die Erdbeere kriegen soll. Dann frag dich doch halt. Ja gut. Jetzt, wenn du dir welche übrig lässt und wieder zurück gehst, könntest du die kriegen. Rechtshunter springen. Nee, links nicht. Rechts. Ich glaub, du hast doch zu viel weibliche Hormone oder Gene oder wie auch immer. Ja, glaub ich auch. Wenn ich rechts sage, dann drehst du dich nach links und umgekehrt. Ja. Wir müssen irgendwie gucken. Kann man da nicht irgendwie? Ja. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, würde ich mal behaupten. Oder? Ja, aber da war irgendwas von oben, glaub ich. Ich glaub, da war was von oben. Ja, aber wenn du da jetzt irgendwie so... Da ist ja noch ein Portal. Ja, aber da kommst du ja nicht rein in das andere Portal. Oder doch? Ich weiß, glaub ich, wie. Aha. Aber wenn du jetzt springst, dann springst du in dein Verderben. Ja. Und dann musst du sterben. Na ja. Lapper nicht, ne? Die ist klar. Wir brauchen eine Sand, Uwe. Ich weiß. Ich hab noch gar keine gesehen. Oder zumindest nicht auf der Achtung. Ich auch nicht. Ich hab auch keine gesehen. Guck mal da oben. Da ist nix. Und? Gut. Einen Versuch haben wir noch. Und das ist schlecht. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Dein Lieblingslevel spielen. Mh. 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 Jetzt. Jetzt geht es los, du. Ist da überhaupt ohne Sanduhr? Nee, Wolls. Also da nicht? Da unten ist dieser praktachte Schlosswoll. Wir müssen ernst hier eine runter. Wenn dich jetzt nach links tritt, da unten irgendwie, kannst du nicht das Eis nutzen? Ja, mach mal was. Ja, mach mal was. Ich probier mal was aus. Ja, mach mal. Ich hab Angst. Ich nicht. Ich nicht. Ich sehr wohl. Weil wenn du da jetzt dann, ne? Aber mach mal. Flutsch! Hm. Da ist der Schlüssel. Lalalala. Oh Scheiße. Komm ich jetzt hier zurück? Darf ich jetzt doch Angst haben? Ja, jetzt darf ich Angst haben. Danke. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Wir müssen hier drüber. Oh Scheiße. Ja wie denn? Ja das geht. Das geht. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir müssen gut abzählen. Ist ganz hinten einer frei, ja? Ja. Okay. Die zwei, die zwei, die zwei. Die zwei, die zwei, die zwei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Scheiße. Nein. Ja. Wir können es schaffen. Ja, geschafft! Ja, geschafft! Ja, geschafft! Ja, geschafft! Das war aber echt. Das war Arschknapp. Ja. Kann das sein, dass wir den einen, der da neben der Picker ist, nutzen müssen? Das muss so schnell sein. So dann da in die Mitte und links drehen und hüpfen. Sehr schön! Sehr schön! Jetzt haben wir nur das Problem. Wir kommen mal wieder hoch. So. Lalalala. Gut, dann hätten wir schon mal zwei Schlüssel. Die, 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 die. Wo müssen du noch zum Exit? Warum gibt es denn da jetzt keinen Ersatz Exit? Oh, das Exit ist auf der anderen Seite. Ja, ist doch nicht schlimm. Da kannst du dich doch plumpsen lassen über... Warte mal. Oh, das ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Aber du musst, ne? So kann man es auch machen. Nein, 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 nein! Bleib doch ruhig. Wieso machst du das? Ich hab die Banane! Erdbeere! Die Bananenbeere! Ich hab die Bananenbeere! Und der Tön. Da komm ich nicht rüber. Nee, nee. Geht nochmal zurück dann zu dem einen. Und dann auf die Piekser springen und dann... Ja, nein, stopp! Was meinst du denn? Auf welche Piekser springen? So, roll mal. Rechts, links, springen. Jawoll. Umdrehen! Warten! Ach so, ja. Verstehst du? Ja! Ich bin so gut! Fertig! Fühlt! Ja, du bist der Burner! Wir können gleich vielleicht speichern. Ja, wir können gleich vielleicht speichern. Warte, hinter dir ist auch noch was gewesen. Du scheißen Dreckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckf erst mal halb so durch fallig voll durch ja da fand ich vorbei okay das haben wir leider nicht geschafft meine namen haben wenigstens ein paar punkte start du brauchst du sand und ein urlaub schon ja weil ich auch eine rolle 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 einsammeln warte mal darüber ja von der anderen seite genau von hier müssen ja 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 so stopp wir könnten schaffen nein warte mal drehe ich meine liegen da ist der andere schlüssel kannst du nicht von da aus irgendwie da hinkommen oder so weit das sieht nicht gut aus die idee gewinns ja das wäre eine idee gewesen meine damen und herren aber so geht es nicht wir müssen jetzt hier rüber ich glaube du musst zurückrollen zurück ja spring mal auf den letzten drauf okay auf die spitze da nie zurück ja stopp rechts rum und hoch super idee wenn das war wohl die super idee du das habe ich nicht gesehen dass man die entdeckte wir müssen den selben weg und hier zurück hattest du eigentlich eine bessere idee ich würde an deiner stelle mal die uhr nehmen ja das mache ich doch das ist der den man es auch sehen kann warte zu rechts 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 nein weiter ja warum na weil du da wahrscheinlich drauf musst ne wir müssen da rüber wieso 100 pro langsam 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 machen wir mal das ding jetzt so wo ist der schlüssel da da musstest du dich irgendwie fallen lassen ich weiß noch nicht in welcher leuchtung ja die sieht gut aus nein die idee ist nicht gut die war kacke wieso wir sind tot das hätte aber passen können ja wir sind aber leider tot das heißt wir müssen nochmal neun machen wir nochmal neun das machen wir dann beim nächsten mal genau das wollen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann ciao Tschüss.